da sind wir zurück mit einer weiteren folge cuphead für die switch knallhartes spiel der shooter muss man leider zugeben etliche versuche schon gebraucht für einige levels aber wir sind weiter gekommen wir haben die flugmission geschafft haben sogar fünf münzen sich gerade dafür können auch was kaufen soll man zum shop brennen das machen wir mal kann eigentlich schnell laufen jetzt hier zwei testen seid bereit die lüfter so haben wir schon mit ihnen geredet brauchen wir nicht einmal mit dem schnacken so kommen wir mal runter wann der kaufladen da ist der shop wo wir mich schnacken können schwarzes laden schwarzes laden kommen das schweine soll uns mal ein paar sachen verkaufen die dumme sau so was haben wir den jäger aus ob die hohe reichweite und wenig schaden kein zielen erforderlich er hat zu sicher treffer punkt auf kosten der angriffskraft gibt es einen zwischen auf kosten angriffskraft das wollen wir nicht machen oder das wäre bescheuert kreisel hohe flächenwirkung normaler schaden rückwärts zielen für maximale reichweite er auch unsichtbares sprinten du erleißt beim sprinten keinen schaden lupfer mittlere reichweite guter schaden und geringere feuerrate wenn wir mitnehmen ja gut bei du spaß so gucken wir mal was wir nicht machen können wäre man andere waffe ausrüsten aber b kann auch mal den lupfer nehmen mit der reichweite guter schadung testen wir einfach mal muss er sich unbedingt so sein so es geht zurück im wald haben wir auch hier oben links na genau also ein flug kack vorbei den wir gott sei dank geschafft haben und guck mal was uns jetzt hin bringt ärger in den wipfeln sprinten und ballern sprinten und ballern finde ich gut so macht euch schon mal gefasst die nächste halbe stunde wird wiederholung geben man denkt sich gleich schon man ist bei dem film ein täglich größtes moment hier und alles wiederholt wenn wir die andere farben jetzt erstmal das wo die woodpecker da komme ich ja nicht ran oh nein hier müssen wir noch mal haben vorne die waffe ist nicht gerade ein highlight ne die waffe hier falle ich nicht mal runter warte mal ey kann man auch nicht oh nein also man muss echt exakt springen ne exakt springen sonst wär das gar nix ja mal machen ich wiederhole es immer gleich ist das blöde wenn man schon leben verliert am anfang ich glaube wir müssen die andere waffe hier haben wieso ich hab doch genau was gemacht was ich machen sollte oder okay wir brauchen manchmal zurück die karte wir nehmen die andere waffe wird weil die hier ist irgendwie scheiße hierfür also immer für das level ist die scheiße zurück und schon kommt schon das doch irgendwie doch besser oder und man sollte mir so vor so jups springen und ballern ja 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 das ist aber ein klopper das spiel muss man echt ehrlich sagen los geht's ich versuche mal die blöde tante da irgendwie und und ganz bei Oh. Ja, gut. Oh. Mist. Ach, man darf nicht runterfallen. Okay. Hab ich jetzt nicht gedacht. Ah, ich will nicht kommen. Okay, das war vielleicht nicht so clever. Obwohl. Okay, ich komme wieder. Okay, okay, okay. Hm. Hm. Oh. Oh, scheiße, die bleiben sogar stehen, die Dinger. Okay. Ah, es war fast nochmal Boss. Aber die bleiben stehen, die Dinger. Das muss man auch erstmal wissen. Probieren wir nochmal. Nein. Warten, wir gucken wir nicht nochmal. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht. Ah. Hey, so kann ich den nicht töten. Oh, haben wir Glück gehabt. Ah, kann man nicht drauf springen? Scheiße. Da kann man diese schießen. Hehe. Warte. Das ist natürlich cooler, wenn man drauf springen könnte auf die Viecher. Das kann man... Oh, man muss nicht auf Exact Time, ne? Na gut. Okay, noch eine Runde. Here we go. Das ist doch gar nicht so schwer. Es ist nur, wenn man sich so behinderte Fehler macht, die aber kackendumm sind. Okay. Oh. Ne, echt. Behinderte Fehler. So. So. Warten. Und Oh nein. Oh Gott sei Dank. Dumm gesprungen von mir, aber konnte ich auch noch retten. So, dann wollen wir mal. Oh. So. Rotasvieh, ich muss noch kurz warten. Zack. Mann ey, endlich. So schwer war da eigentlich gar nicht. Und trotzdem habe ich es fast versaut. So, gucken wir mal, wie unsere Zeit aussieht. Das ist mir egal. Aber wenn Bonus bekommen wir dann mal. Na, wird keine so eine gute Not sein, aber. Egal. Wir haben es geschafft, das ist schon mal richtig. Das Wichtigste eigentlich. Oh man. Super. Jetzt ist das hier so eine Art Abkürzung, ne? Müssen wir nicht mal oben rum, können wir direkt hier unten rum gehen. Finde ich ganz gut. Gut. Ja, das war's für heute. Eine Folge wieder geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.